Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendaidukai und in diesem Video zeige ich dir vier fantastische und sehr einfache Mixing-Tipps. Da ich eine Menge Arbeit und Wissen in meine Videos investiere und sie zur Verfügung stelle, würde ich mich freuen, wenn du mir als Anerkennung wenigstens einen Daumen hoch gibst und den Kanal abonnierst. Und absolut klasse ist es, wenn du meinen Kanal und die Videos weiter empfiehlst. Aber legen wir doch einfach mal los. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die uns sehr viel weiterbringen und denen wir wegen dieser Einfachheit viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Ein fataler Fehler, den wir ganz einfach vermeiden können. Wie immer beim Mixing ist eine gute Abhöre bzw. Kopfhörer oder Bixen, äh Bixen, Boxen sehr wichtig. Stellt eure Bixen auf laut. So, Tipp Nummer 1 ist erstmal sehr leise abhören. Und der Grund für sehr leises Abhören ist, dass wir darauf achten, ob alle wichtigen Elemente hörbar sind. Also nicht alle Elemente, sondern alle wichtigen Elemente. Also sowas wie die Melodie, der Rhythmus und der gesamte Verlauf. Das heißt, ich mache das jetzt mal relativ leise bzw. das ist jetzt mal so auf dem normalen Spektrum. Und lasse das mal ganz kurz anlaufen hier. Und mache das vielleicht mehr hier. So, und wenn ich das Ganze jetzt einfach sehr leise abhöre, dann höre ich so ein bisschen darauf, sind die Hi-Hats oder Snares, stechen die so ein bisschen stark raus? Ist die Kick gut hörbar? Ist mein Liedzünd hörbar, mit dem ich quasi mein ganzes Thema aufbereite? Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich mache erstmal ganz aus und ziehe es dann mal langsam in den hörbaren Bereich rein. Und wenn da jetzt alles dabei ist, was ich hören will oder was mir wahnsinnig wichtig ist, dann bin ich hier schon mal auf einem guten Weg. Der Tipp Nummer 2 ist quasi der Waldwiesen-Tipp, den man überall hört und der auch sehr, sehr wichtig ist, weil es fürs Mixing extrem wichtig ist, in normaler Lautstärke abhören. Und da hört man so ganz allgemein gesprochen, darauf ist der Mix gut ausbalanciert. Also sind die einzelnen Instrumentenspuren, die einzelnen Instrumente, harmonieren die gut miteinander? Von der Lautstärke und auch von der Klangfarbe hat beides immer ein bisschen was miteinander zu tun. Und das einfach auf normaler Zimmer-Lautstärke der Track einfach gut klingt. Und der dritte Tipp ist sehr laut abhören. Und beim sehr laut abhören geht es hauptsächlich darum, wie klingen die Bässe? Sind die zu laut? Sind die zu wuchtig? Sind da zu wenig Bässe drin? Habe ich Resonanzen drin, die in den Ohren schmerzen zum Beispiel? Das ist auch ein ganz wichtiger Part. Das heißt, ich drehe richtig laut auf auf den Kopfhörern oder auf den Boxen, wenn das die Nachbarn aushalten und höre mir den Track dann einfach mal sehr, sehr laut an. Und damit sind wir mit den ersten drei Tipps eigentlich schon mal durch. Und der Tipp Nummer vier ist, wir bauen uns schnell einen virtuellen Lautsprecher. Und den Tipp vier nenne ich so ein bisschen den Aura-Ton-Test. Und Aura-Ton kommt von den Aura-Ton-Lautsprechern, weil die werden immer wieder empfohlen. Aber nicht, weil sie insgesamt die weltbesten Lautsprecher sind, denn das würde den Preis von drei bis vierhundert Euro im Gegensatz zu mehreren tausend Euro irgendwie seltsam aussehen lassen. Aura-Ton-Lautsprecher sind laut der Aussage von einigen professionellen Mixing-Engineers ein guter Test, um zu prüfen, wie gut ein Mix, also ein Song, auf verschiedenen Endgeräten funktioniert. Warum das so gut funktioniert, liegt darin, weil diese Lautsprecher unseren optimalen Hörbereich besonders gut bedienen, also die Mittenfrequenzen, die wir besonders gut hören und die das Hauptspektrum für so fast jede Musik ist. Sicherlich kann diese Technik die Lautsprecher nicht ersetzen, aber einen sehr guten Eindruck davon geben, was das bedeutet und wie es sich anhört. Alles, was du dafür brauchst, hast du bereits in deinem Toolset als Stock-Plugin oder als Zukauf bestimmt verfügbar. Wohlgemerkt, das ist nur eine Annäherung an so einen Lautsprecher, die aber schon eine ganze Menge bringt. So, jetzt zum Aura-Ton-DIY-Preset. Was brauchst du dafür? Du brauchst einen Filter oder einen EQ, die einen High-Pass, also einen Low-Cut oder einen Low-Pass bzw. einen High-Cut mit einer 18 dB Flankensteilheit, also eine dreipolige Flankensteilheit oder auf Englisch Slope haben. Und damit begrenzt du dann das Frequenzspektrum im Low- und im High-End-Bereich. Das Ganze sollte dann mit einem Klick an- und abschaltbar sein für den AB-Vergleich. Und das Preset sollte ganz am Ende in deinem Master platziert werden, also als letztes Sound-veränderndes Device. Ich mache das jetzt in Bitwig auf zwei verschiedenen Wegen. Das ist aber in jeder DRW mit deren Bordmitteln nachbaubar. Die Zutaten habt ihr ja bereits. Bei Bitwig fallen alle EQs erstmal raus, da keiner von ihnen einen 18 dB Slope bereitstellt. Falls du auch kein Plugin oder Device mit 18 dB hast, dann kannst du auch als Workaround 24 dB als 4-Pole nehmen. Das ist nicht ganz dasselbe, aber für den ersten Eindruck hilft es schon mal. Ich nehme jetzt hier in Bitwig ein Letterfilter. Der Letterfilter ist das einzige Device in Bitwig, das einen 18 dB Slope für High-Pass und Low-Pass bietet. Da wir zwei Letterfilter brauchen werden, brauchen wir noch ein Chain-Device, damit wir für den AB-Vergleich nur einmal klicken müssen. Also lade ich erstmal ein Chain-Device und einen Letterfilter. Und hier noch ein kleiner Bitwig-Workflow-Trick, wie du mehrere Devices auf einen Schlag laden kannst. So, ich habe jetzt hier einen Chain, den wähle ich mit einem Klick aus. Und damit ich jetzt nicht OK und nochmal den Browser aufholen muss, mache ich hier die Chain auf, klicke hier auf das Plus und gebe dann Letter ein. Und lade jetzt einen Letterfilter rein. Okay. So, den Letterfilter resetten wir erstmal sofort und stellen ADSR, LFO und den Envelope-Follower auf die neutrale Einstellung, sodass sämtliche andere Einstellungen keine Auswirkungen mehr haben. Das mache ich entweder mit einem Doppelklick, der LFO ist schon auf 0, oder mit einem STRG-Links-Klick und gebe hier einen 0 ein. Und dann ist der Regler hier auch schon mal resettet oder auf 0 gestellt. So, und dasselbe mache ich jetzt noch bei dem Resonance-Drehregler. STRG-Links-Klick, 0 eingeben und resettet. So, dann duplizieren wir den Letterfilter. Das kann man mit einem Rechtsklick und Duplicate hier machen oder mit STRG-D. Dann ist der auch dupliziert. Und beim ersten Letterfilter hier links, wählen wir den Highpass-Filter 3P, also 18 dB pro Oktave aus. Das ist ein Low-Cut, der die Tiefenfrequenz wegschneidet. So, den Filterregler stellen wir jetzt auf 170 Hertz ein. Also STRG-Links-Klick, STRG-A, 170HZ eingeben und Enter. In der Infoleiste sehen wir jetzt, die ist auf 170 Hertz eingestellt. Dann kümmern wir uns um den zweiten Letterfilter hier rechts, wählen dort einen Lowpass mit 3P, also 18 dB aus. Den hier. Und den Filterregler stellen wir auf 5 kHz ein. Also STRG-Links-Klick, STRG-A zum alles auswählen, 5KHZ, Enter. Und in der Infoleiste unten sehen wir, der Filter ist auf 5 kHz eingestellt. Und fertig ist schon das Aura-Tone-Test-Preset mit den Letterfiltern. Was ich jetzt hier noch mache, ich klicke hier auf das Chain-Device, gebe hier jetzt Aura-Tone-Test ein, STRG-A, STRG-C, um das zu kopieren. Dann ein Rechtsklick hier auf das Chain-Device, Save Preset to Library. Dann gebe ich hier das hier ein, Aura-Tone als Kategorie, nämlich EQ. Als Text kann ich jetzt irgendwie noch was eingeben und in der Description gebe ich jetzt 170 Hz, 18 dB Low-Cut und 5 kHz, 18 dB High-Cut ein. Warum ich das hier jetzt nochmal eingebe, obwohl es hier eingestellt ist, hat folgenden Hintergrund. Ich speichere das jetzt. Ich habe das schon mal gemacht, deshalb meckert er jetzt. So, wenn ich das jetzt hier reinlade und sage, ich will einen Aura-Tone-Preset-Test, dann sehe ich hier unten im Browser meine Beschreibung und ich sehe halt sofort, welche Einstellung ich hier getätigt habe. Das ist manchmal oder sehr oft sehr hilfreich, wenn man so verschiedene Presets macht. Das kann man natürlich auch über den Namen nochmal machen, dass das dann Aura-Tone-Test, 18 dB, 24 dB oder was sonst was ist. Aber hier kann ich halt auch eine Menge Info noch eingeben, die ich unter Umständen einfach nochmal brauche, wenn ich unter Umständen auch nochmal weitere Devices drin habe, dass ich die hier quasi benenne. Das ist der Grund, warum ich das hier mache. So, jetzt testen wir das Ganze mal hier nochmal mit der Audio-Datei. Okay, ich mache das erstmal aus und ich hoffe, ihr habt jetzt Kopfhörer auf bzw. gute Lautsprecher. Und ich spiele es jetzt erstmal ohne das Preset ab hier und dann schalte ich das ein und ihr hört einfach mal, was das Preset dann tut. Und ich spiele es jetzt erstmal mit der Audio-Datei. So, ihr hört, da fällt eine ganze Menge weg und es muss jetzt nicht sein, dass man alles hört, was in eurem Song drin ist, aber alles Wichtige sollte hörbar sein. Das ist an der Stelle einfach wichtig, weil nicht jede Box kann einfach alles wiedergeben und ihr könnt dann noch eine ganze Menge Tricks anwenden, damit die Sachen, die da nicht hörbar sind, einfach hörbar werden. Das ist alles möglich, aber hier hat er schon mal irgendwie, was der große Unterschied ist. So, jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit, wie man so einen Preset einfach baut und das Ganze geht mit dem FX-Grid. Mit dem FX-Grid ist es sogar noch ein bisschen einfacher, man muss ein paar kleine Sachen einfach beachten. So, ich lade jetzt hier einfach mal einen FX-Grid und da brauche ich nur das FX-Grid, mehr an der Stelle nicht. Dann öffne ich hier die erweiterte Ansicht und als allererstes klicke ich hier auf den Audio-Out-Ausgang. Und im Inspektor links schalte ich beim Clipping auf Off, damit hier nicht zufälligerweise Obertöne generiert werden, wenn der Sound clippt. Und ihr werdet gleich verstehen, vielleicht habt ihr das schon gesehen, warum ich das alles mache. So, dann klicke ich oben auf Kategorie Filter und nehme mir einen High-Pass, der mir die Lows wegkattet und ziehe den auf den Eingang. So, ein bisschen hier rein, machen wir das Ganze etwas größer, den nochmal so, dann sieht man das hier schön. So, und den High-Pass, den stelle ich hier unten rechts, links, andere rechts, also hier links, auf 3-Pol. Dann habe ich die 18 dB Flankensteilheit oder beziehungsweise Slope. Dann Steuerung linksklick, hier auf den Drehregler, Steuerung Arm, alles auszuwählen, 170 Hertz, ihr kennt das Spiel. Und Enter und das Ding ist auf 170 Hertz eingestellt. So, und dasselbe mache ich jetzt mit dem Low-Pass-Filter, ziehe ich den hier drauf, stelle den hier auf 3-P ein, also 3-Pol, 18 dB Slope. Steuerung linksklick, Steuerung Arm, alles auszuwählen, 5K-HZ für 5 Kilohertz. Und das Ding ist eingestellt und wenn ich will, kann ich das Ganze noch ein bisschen farblich markieren. Dann sieht das Ganze auch nochmal schön aus. So, und das FX-Grid ist an der Stelle jetzt auch schon fertig. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Preset am Start. Ich kann das jetzt hier noch Aura-Tone FX-Grid nennen, Steuerung A, Steuerung C. Auswählen und kopieren. Rechtsklick, Save Preset to Library. Aura-Tone FX-Grid EQ. Dann hier unten wieder 170 Hertz, 18 dB Low-Cut und 5 Kilohertz, 18 dB High-Cut. So, und das Ganze speichere ich wieder ab. Ich könnte hier auch wieder Tags und alles Mögliche vergeben. Und jetzt ist das gespeichert. So, und jetzt zu dem Grund, warum ich hier das Clipping ausgestellt habe. Nämlich, wenn ich das jetzt hier abspiele, und achtet einfach mal auf den Master-Regler hier, wenn ich das Device anmache. So, ich lasse es jetzt mal laufen. So, ich lasse es jetzt mal laufen. Na ja, ihr seht, wenn ich das anmache, dann clippt die Summe. Das liegt da jetzt aber nicht an dem... Das liegt nicht daran, dass das Device jetzt irgendetwas verstärkt an sich. Das Ganze hängt zusammen mit der Fletcher-Manssen-Kurve. Kurve, Kurve. Da habe ich schon mal ein Video zugemacht im Sound-Grundwissen. Sucht einfach im Kanal, beziehungsweise ich gucke mal, ob ich das hier verlinke. Und das hat einfach mit der Verteiligung von Frequenzen zu tun und der verschiedenen Lautstärke von Frequenzen in unserem Hörspektrum und so weiter. Da werde ich irgendwann in Zukunft auch nochmal ein Video drüber machen. Wie gesagt, also das Device selber an sich verstärkt das nicht. Es bringt einfach nur durch den Effekt, dass es bestimmte Frequenzen wegschneidet, unsere Summe zum Clippen. Und ich möchte einfach nicht mit dem Audio Out, dass hier ein Clipping stattfindet von dem Device selber, was einfach zusätzlich Obertöne erzeugen würde. Aber es ist extrem wichtig zu wissen, dass auf kleinen Lautsprechern euer Track clippen kann, weil dann Obertöne erzeugt werden. Das heißt, euer Sound könnte unter Umständen sehr harsch sich anhören auf kleinen Lautsprechern. Das ist wichtig zu wissen und deshalb ist dieser Test auch ziemlich gut, den zu machen, um einfach dem Ganzen vorzubeugen. Also, das waren schon die einfachen Tipps. Wenn du dich immer an diese hältst, dann wirst du in Zukunft bessere Mixe produzieren und weniger böse Überraschungen erleben, wenn du deine Songs auf verschiedenen Endgeräten abhörst. Danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Mein Name ist Odo Sendaidukai und falls du Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema oder zu anderen Themen hast, lass es mich wissen und hinterlasse doch bitte einen Kommentar. Wenn du meine Videos hilfreich findest, dann gib mir einen Daumen, abonniere den Kanal und teile es mit deinen Freunden oder mit völlig spontan ausgewählten Menschen. Das könnte auch für sie hilfreich sein. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund, rette die Zukunft, mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.